herzlich willkommen zur weiteren folge in thüringen heute machen wir dünge mission überwiegend nachher noch kühe versorgen tiere wasser futter und auch noch stroh und heu kaufen und silage viel spaß viel machen weiter und arbeiten ich bin nicht allein ich habe noch einen mitspieler er hat auch ein paar aufgaben vor düngemäßig was hat er euch kurz was er machen möchte ja hallo herzlich willkommen auch von mir ich werde ein bisschen dünge missionen machen heute und holz abfahren was dann hell wird schweine versorgen mein holz dein holz so schön mein holz zum sägeweg fährt so bin ich ja er hat aber alleine im wald und wir haben beide holz wir sind im grunde nachbarn wald technisch gesehen und der auto und hänger macht da kein unterschied er lädt immer alles auf aktuell sowie die zufahrt zum mainfeld 8 was ich machen möchte zwar anschließend weg auf drive so mal ganz gucken wie ihr es findet der hat 76 hektar fläche 3,45 gesamt preis pro hektar 76 euro ernte das gras das gras ist 64 das so der baut nicht suchen da ist kein kein feld 8 dann fahren weiter so aber ich bin in ganzer nähe auf feld 8 kartoffeln wie schön so das ist ein bisschen blöd man sieht doch hier fällt 8 erstmal punkt setzen später die an der kurve fahren was soll ja machen wir ganz kurz cosplay kurs generierung mit meinen teilen aktivieren sonst wird es über lange folgen und noch drei stunden bis zu spät ich würde lieber zwei vorgewendet bahn nehmen am besten drei einer wird wenig geht noch einer ach hier da probleme probleme da muss ich was ein bisschen anders aufstellen dann werden wir einfach mal auch nicht besser auch nicht besser na bist schon müde das geht schon also feld 8 macht probleme ich merke es auch ach so beim rechnen ja west wie groß ist das fehlt auch gleich von der größe in die probleme probleme sind blöden kanten drinnen sind aber da muss ich jetzt so gehen hat noch nicht gemacht und regeln hast du nicht aufgeregt hast du nicht aufgeregt heute das das mache ich automatisch mal sehen lasse ich einfach laufen das ist jetzt aber blöd die kreuz und quer das ist ganz schlecht muss ich mal gucken gut hier probiert mal aus ja tatsächlich kartoffeln so machen nächste aufgabe ist was lukrativ wäre und dicht bei 29 per se 19 15 29 jahre freude ne feld 8 aktiv 56 33 51 da wurde kockmut ist weit weg umsinnig gerade haben das weit weg ne da machen wir aber nix oder 56 hat lohnt sich nicht dazu klein 39 wird gehen das ist hier in der nähe das ist bei mir 39 ist hier 37 38 39 in der nähe bei der bgh hof 1 na gut egal der 38 37 sind alles um die ecke 39 ist weit weg kann man nix machen so haben wir es angenommen wird es auch gemacht regen ist hier wieder mal ne zeit acht minuten schon wieder ja kühe und noch versorgen einmal hinfahren und dann arbeit lassen dann können wir kühe versorgen mit dem lkw am besten dann müsste ich auch heu und stroh kaufen und silage oder kann ich um gras mähen brauche ich einen traktor ja geld drucken wenn man können am drucker und ganz schnell am besten 23 aber das wird nicht gehen gut taste 9 ist für karte und taste 8 ist für schneiderspiele jetzt weiß ich warum ich vorhin so schnell gemacht habe dann kann ich ja gleich mal feld 38 anbieten 39 anbieten ist absicht glaube ich hast du nicht gesagt wird hell in thüringen ist dunkel das war vor dem regen vor 3 vor 3 stunden oder sowas hat man schon gesehen dass es ein bisserl anfängt zum hell werden jetzt haben wir regn und dunkel aber das ist normal regn ist immer schlecht ja wir spielen hier mit neun tage frühling und aktuell sind wir bei und machen missionen von vielen bauern die so keine zeit haben aber wir haben ja zeit und machen da alles verdient ist eine kleine goldene nase dabei muss ich mal schauen wie im besten hinkommen wir am besten mit kurs entfahren aber die sonne geht auf ganz im osten das kann nicht mal lang dauern aber es hell kann sie nur noch um staunten harten ja ich hätte mal aus jünger phosphor nehmen sollen besser gewinnen so im weißen oder roten keine ahnung so mal gucken wo ich jetzt am besten hinkommen so fällt nochmal 39 ich werde mich ganz gut ah ich weiß ok das geht ja darum dass ich auch mit autodrive hinkriege das heißt deutsch wir fahren hier geradeaus beim shop vorbei und lassen hoflings liegen dann fahren wir oben ran da werden wir jetzt kurz hier das aktivieren zwar unsere kurse angezeigt werden und dann werden wir gleich nächste ecke weiter abkommt da brauchen wir gar nicht ab machen da ist schon gefahren wir müssen nur bis das feld 38 anschließen so ich hoffe der turm passt das feld ist nämlich links dieser kurs ist eine sackgasse geht aber als verbindung wie man sieht wieder zurück hier ist die karte nicht zu ende und der kurs braucht immer eine Verbindung zum ja als ganzes so haben wir hier oh das ist die Wiese verkehrt dann schließt man die Wiese an bzw wir lassen mal so fahren wir jetzt einen kurs zurück wenn ich die Wiese den Namen habe kann ich einmal anschließen den Punkt das ist alles kein Problem ja und dunkel ist immer schlecht man kann man so schlecht gucken aber jetzt sind wir auch im Feld schon wieder Wiese muss ich mal löschen so so Untertitelung des ZDF, 2020 So, den Kurs gelöscht, jetzt fahren wir zum Feld Oh, bin daneben, haha, probiert man den Schalter Goldig, hast du gut gemacht Kurze Unterbrechung Und schau, dann beenden wir die Folge des E15 Tschüss, bis dann, tschüss Tschüss Und schau, bis dann, tschüss